ARD Text im Auftrag von Funk Du bist ein Mann. Ja. Ich meine... Sehe ich nicht wie eine aus? Dir galt immer meine größte Liebe. Sei auf der Hut, Diana. Sie haben dich nicht verdient. Bist du noch nie einem Mann begegnet? Was ist mit deinem Vater? Ich hatte keinen Vater. Ich wurde von Zeus zum Leben erweckt. Das ist toll. Ich kann dich das nicht tun lassen. Ich kann dich das nicht tun lassen. Was ich tue, entscheidest nicht du. Ich heiße Etta Candy. Ich bin Steve Trevor als Sekretärin. Was ist eine Sekretärin? Ich gehe dahin, wo er mich hinschickt und tue das, was er mir sagt. Da, wo ich herkomme, nennt man das Sklaverei. Ich mag sie sehr. Fantastisch. Ladies, Narin. Ich mag sie.